hallo was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video von mir wir reagieren heute auf pumpings neues video frankfurt jersey shore sie machen es schlimmer frankfurt jersey shore habe ich nicht verstanden ist aber auch egal die leute in den kommentaren werden es mir bestimmt übersetzen also let's go so leute ihr könnt schon sehen ich bin hier in meinem wohnzimmer ja heute ist es sehr heiß ihr könnt schon sehen es wird jetzt immer voller von den zuschauern her da sind ein zwei gesichter wo die leute sagen wieder die gleichen aber es muss sein weil ohne die geht einfach nicht wenn wir in andere städte kommen haben wir auch neue gesichter aber die mädels sind heute sehr sehr fresh und die jungs ja wir haben auf jeden fall ein paar fresh jungs dabei dann würde ich mal sagen labern wir nicht lange rum du wirst was zu tun ist wir gehen einmal unsere ladies durch und hier sind unsere ladies oh mein gott applaus ich weiß nicht ob das ladies oder noch kinder so hi hi stell dich mal vor also ich bin nara und leute was heißt denn jetzt frankfurt jersey shore habe ich nicht verstanden oder bin ich behindert ja woher kommst du machen zeit heim heils heim ja das ist neben höchst aber weißt du was heute deine aufgabe ja bist sehr aufgeregt wichtig ja ich habe ein bisschen angst dass ich nie mit meiner klasse werde okay ist es ja warum machst du damit video für dich okay das ist ja auch für die eltern ja okay dann check mal dein jugo einmal von oben bis unten ab check ihn ab wie ich dachte das wäre jetzt eine frau also der fühlt sich doch als frau oder nicht mara sag uns würdest du ihn daten ja nein begründet dass du dieser mama afrika oder nicht ich weiß nicht also ich kenne ihn ja jetzt halt nicht vom charakter her oder so also ich gehe ich gehe auch nicht aufs äußere ich muss halt den charakter von den menschen kennenlernen ich kenne die mara tut mir leid digga die ist so weiß digga die ich schon an der sonne über belichtet hätte die noch ein weißes oberteil an und der weiße maske ich glaube man wird die gar nicht sehen im skin wenn ihn halt nicht deswegen kann ich halt nicht sagen aber wenn er netten charakter hat dann ja und wenn halt keinen guten charakter dann halt nicht so okay das hast du sehr schön erklärt dankeschön was sind so deine ich habe keinen typ keinen typ also charakter ist sehr auf ich bin die mama afrika oder der afrika die mama afrika such dir es heute eine mama afrika eine die nummer 2 ist okay dann check mal mach einmal von oben bis unten ab wei 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 alles überbelichtet digga so mama afrika würdest du mara daten ja nein begründe nein die sieht so wie bauermädchen die auf bauer bauermädchen ja auf bauarbeitermädchen um mein bauarbeit goldener als ihre deswegen ne jetzt mal ehrlich frage hast du eine wurst oder hast du eine wurst unten oder bist du operiert ich bin um operiert ich habe ein goldener okay glaube ich nicht er hat eigentlich korrekt angefangen aber gehen wir ein zweiter so hello stellen sie sich mal bitte einmal vor sandra sandra sah er aus wie eine türkene sandra 18 ist es für dich okay dass wir das video veröffentlichen auf jede plattform okay danach keine zensierung lösch video okay sandra sandra check den digga einmal von oben bis unten ab so sandra sag uns würdest du diesen gigoday ja nein begründet ja weil ich weiß ich entweder pumping digga des am tag zweimal auf so braun dass der dass man den in der sonne immer noch schön braun sieht oder die mädels sind einfach knallweiß dass die über mich jetzt in bordes ist krass digga dann also sieht nicht schlecht aus erst groß und hauptsache jetzt wenn er auch noch einen guten charakter hat dann schon sie würde in den applaus im tieres mandarina hast du sehr schön gemacht was sind so deine typen optisch gesehen ja schon aber ein bisschen mehr bad ein bisschen mehr bad sehr korrekt gemacht dankeschön wir haben uns die meinen von drüben jago stell dich mal vor ich bin der derech der der Altstadt von bronze könnte ist für dich das video auch okay das ist veröffentlicht für die eltern auch okay dann der sohn spricht für die eltern check mal sandra einmal von oben bis unten ab gerade wie soldat die dachte auch die muss gerade dings dies doch im bundeswehr militärdienst ja nein begründet ja schon so seine eigene meinung hier läuft sehr anständig dann gehen wir mal ein zweiter so hallo stellen sie sich mal bitte einmal vor ich bin wieder ich bin 18 ich komme aus stuttgart wieder wieder bist extra heute aus stuttgart jede seite mädchen früher auch wieder loka gefahren es wäre la bomba das video deine mama weiß auch bescheid also ein verständnis haben wir dass wir es über posten dürfen genau okay wieder ein jahr gerechnet sagt genau ist was deine aufgabe was hat schon check ihn doch mal ab von oben bis unten das werden wir analysieren weiß was deine aufgabe sagt die wieder weiß was deine aufgabe jetzt kann ich nachvollziehen warum sie geflucht hat nein nein warum nicht einfach so ich schieße nicht gegen den oder so einfach nein einfach nein Gefällt der dir nicht? Nicht mein Typ. Was sind deine Typen? Meine Typen? Eher so Blackies. Blackies? Blackies. So zum Beispiel Mama Afrika? Ja, genau so. Okay, gut. Also du würdest Eggtypen nicht leiden? Nein. Gut, dann hören wir uns jetzt die Meinung von drüben, Mann. Stell dich mal vor. Ich bin Eggie on the Beat Boy. Was geht ab, Leute? Eggie on the Beat Boy. Was hast du heute eingenommen? Nichts. Immer spaß am Leben, ja? Okay, Eggtube. Check mal wieder von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. So, Eggtube. Würdest du wieder daten? Ja, nein. Begründe es. Ich will jetzt mal hören, wie er wieder auf Krampf schießen wird. Was er sagen wird. Walla, nein. Sie hat gerade nein gesagt, aber wer nennt nicht auf WhatsApp Baby und sagt zu mir, ich soll meine Körner hier warten lassen. Die, ich schwöre meine Mutter, nein, das hat mir rausgehört. Machst du einen auch teuer, aber bist du so billig? Scheiße, sag genau, der richtig, der Wende küsst alle. Du bist Wende, du dummer ***. Du hast mehr Bauchhaare als Pumpkin Monkey, yo. Ha, 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 ha. Du bist ein ***. Oh! Du bist jetzt einfach Monopoly-Geld, Digger. Ja, 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 ja. Warum so viel Hass zwischen euch? Boah, wenn ich das Mädchen wäre, boah, also ich hätte ganz anders reingehen. Uiuiuiuiui. Warum hat die denn nicht einer geklatscht? Uiuiuiui. Ich drehe nochmal das YouTube-Video. Machst du, sie sagt, sie ist okay damit. Nachher ist, ja, ich zeig dich an. Die Mutter wollte mich anzeigen. Sie wollte mich anzeigen. Nein, nicht deswegen, dass du meine Mutter in den Dreck reinziehst. Meine Mutter ist 54 Jahre alt. Okay, meine Mutter hat vier Kinder. Dann kommt ein Ecktipp, der 22 Jahre alt ist, der sich wie einen Neuen verhält. Holt meine Mutter in den Dreck rein. Schämst du dich nicht dafür? Deine Mutter hat mich als Idioten bedeidigt, was soll ich machen? Nein, hat sie nicht! Nein, hat sie nicht! Sie hat gesagt, dass du ein *** drum bist! Oh, oh! Baby, warte mal, warte mal! Baby, mach mal meine Nägel! Aber sie war doch diejenige gewesen, was doch noch zu dir gesagt hat. Ey, kannst du bitte 20 Euro allein, ich muss Medikamente für meine Mutter kaufen. Wallah, Wallah, hat sie gesagt? Schuld bist du mir heute 20 Euro, Wallah. Du schuldest mir noch 20 Euro. Ey, 80 Euro. Männer schuldet mir 20 Euro. Ich küsse wenigstens keine Wände, ich küsse wenigstens keine Wände! Du reine Jungfräulichkeit wurde in Club abgerippt. Stimmt das, dass er dir die Nägel zahlen soll? Nein, stimmt nicht! Nein, ey! Die Frauen die sind so kaputt, ne? Wallah, dass die sich nicht schämen, wie eklig dreist die Jungs dafür ausnutzen, dass die ihre Nägeln zahlen lassen, ne? Ey, Alter, Wallah, wenn das mir Mädchen schreit, ey, sofort blocken, verpiss dich, Robot, geh und frag dein Vater nach Geld, Alter, du stinkermädchen. Kleine stinkerkinder, 20 Euro für Lachgas, wenn ich sowas höre, verdorbene, kaputte Jugendlern, verpestete Jugend, Digga, Alter. Donja, Manni, Katel. Okay, Ecktyp, hast du es auf jeden Fall da, wie ich sehe? So kaputte Kinder, kein Geld in Tasche, gammeln, irgendwo noch Geld, nicht für Essen, Trinken, aber ich noch verstehen würde, für Lachgas, Digga. Bist hier sehr eskaliert, du bist ziemlich widerlich. Kurze Eskalation, wir kennen es ja nicht anders in Frankfurt. Okay, wir waren jetzt hier, oder? So, hello. Hallo. Stellen Sie sich mal vor. Ich bin Lisa zum Koma Stuttgart. Ich schürf meine Mutter, ich hab keinen Namen verstanden. Wallah, wenn ich den Namen verstanden habe, ich muss das nochmal anhören. Hello. Hallo. Stellen Sie sich mal vor. Ich bin Lisa zum Koma Stuttgart. Wallah, ich hab wieder nichts verstanden. Ich hör das zum dritten und letzten Mal. So, hello. Hallo. Stellen Sie sich mal vor. Ich bin Lisa zum Koma Stuttgart. Wallah, ich gib's auf. Lisa. Ja. Lisa. Wallah, ich hab alles, alles andere verstanden außer Lisa. Okay, Lisa. Da schreibt jemand, Nisa. Wallah, ich dachte auch, Nisa, Nisa oder irgendwie sowas dachte ich. Guck mal, wie alle Nisa schreiben ganz cool. Jawohl, Nisa. Wo? Wie heißt Nisa? Deine Mama weiß, dass du hier bist? Ja. Weißt du, das ist echt die Mama? Die ist zwölf Jahre, Digga. Normalerweise, dass die Eltern sind. Öffentlichen? Ja. Okay. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Ihn abchecken. Check ihn mal ab von unten bis unten. Peter. Eva. Ja, nein, begründet. Also er sieht schon gut, das ist aber nicht so mein Typ. Nicht dein Typ? Ein nettes Nein. Ein nettes Nein. Was sind denn deine Typen? So eher ein bisschen größer. Julia. So andere Style mäßig. Ich? Was für Style? Baggy Sachen halt. Gut, also. Ja, okay, ohne Kämpie schon besser. Trotzdem. Du bist ja süß, sympathisch. Stimmt korrekt gemacht, wir hören uns die Meinung von drüben an. So, Bro, stet. Ihr redet jetzt nicht eklig oder so. Held dich mal vor. Ich bin Bastian, bin 18 Jahre alt, komm aus Marburg. Ich bin ja keine Bruder von keinem Jahr. Okay, Bastian. Wer war das denn? Bastian, Bastian. Bastian, check mal Lisa von oben bis unten ab. Hey. Ich hab einfach gar nichts. Sag uns, würdest du Lisa Daten ja, nein begründen? Äh, Bruder, nein, bin ich ehrlich. Aber sie sieht nicht hässlich aus. Es ist einfach nur zu viel geschminkt. Ich würde nicht daten, aber du siehst nicht hässlich aus. Es ist einfach nur zu viel geschminkt. Ja, ist okay. Deine Meinung. Aber hast du gesagt, korrekt gemacht. Was sind deine Typen, so als Frau? Ja, schon so ein bisschen braungebräunen. Auch schon ungefähr meine Größe. Also, braungebräunen. Braungebräunen. Du bist das bei ihr perfekt. Und dann einfach, keine Ahnung, das war sein Gefühl. Okay, ich hab das Gefühl, da funkelt was zwischen den beiden. Safe nach der Kamera. Die schreiben mir, ey, wir sind Shisha rauchen. Okay, wir gehen weiter. So, oh mein Gott. Hallo. Was geht ab? Stellen Sie sich mal bitte einmal vor. Ich komme mal auf die Seite. Ich bin Heche, was geht ab? Ich hab neue Haarfarbe und so. Auf jeden Fall. Jetzt würden hier ein paar. Ha ha. Ha ha. Das ist ein Meme, Digga. Ich bin Heche, was geht ab? Ich hab neue Haarfarbe und so. Ha ha, geil. Auf jeden Fall. Jetzt würden hier ein paar. Ach, jetzt ist abgecheckt. Okay. Dann würde ich mal sagen, check mal dein Ach hier von oben bis unten. Billy Goza. Das ist sogar, nee, das war der andere, ne? Der gehört dann wieder dazu. Allah bitte, ich kann diese Palm Angels Hosen aus Istanbul und diese Nike Air Force, die komplett getötet worden sind, nicht versehen, Digga. Nadja, würdest du diesen Playboy daten, ja, nein, begründen? Nein. Neue Pörke würde ich sagen, ich glaube auch. Das ist komplett gar nicht mein Typ. Wie der hier mit Monopoly-Geld am Flexen ist. Ich hab hier wenigstens echt 100 Euro Scheine, aber der kommt hier mit Monopoly, weißt du, wie ich mein? Okay, also er ist gar nicht dein Typ? Nein, null. Was gefällt dir nicht an ihm? Diese Fake-Anziehsachen. Okay. Was sind deine Typen? Ich steh nicht auf sowas. Auf was stehst du? Auf was anderes, nicht auf sowas. Auf was stehst du? Auch so ein bisschen brauner und so, aber nicht so. Ich hab keinen eigenen Typ, aber sowas nicht. Okay, also sagst du No-Go. Nein. Geht gar nicht. Gut, das war die Meinung von Nadja Offenbach. Hören wir uns die Meinung mal jetzt von drüben an. So, stell dich mal vor, du kleiner Jigo. Klein nicht, klein, großer. Okay, großer Jigo. Ich bin Noman, 17 Jahre alt. Dich kennt man ja jetzt, ne? Sonneblume extra gefühlt. Okay. Die Leute suchen dich schon in den Kommentaren manchmal. Nein, natürlich. Deswegen musst du dabei sein. Ja. Wie Ismail. Okay, Noman. Ja. Du weißt ja, was heute deine Aufgabe ist. Check mal Nadja Offenbach einmal von oben bis unten. Brrrrrr. Brrrrrr, lass auf. I've been really trying, baby. Die ganze Körper gebrotst. So, Noman, sag uns, würdest du Nadja daten? Ja, nein, begründe es. Nein, Bruder. Nein? Nein. Das Ding ist, hätte ich ja gesagt, hätte er auch ja gesagt. Aber ich sag nein, deswegen sag. Warum bist du dir so selbst sicher, Nadja? Hätt er auch nein. Hast du Angst vor ihr? Nein, voila. Ich hab gerade gebetet. Und Schattern ist das von mir. Der ist aber so paradox, der Junge. Der redet so oft immer wieder über Islam, wenn er kein Interesse hat oder einen Kopf bekommt. Aber dann, wenn es darauf ankommt, der redet über die dreckigsten Sachen, Digga. Das ist typisch Frankfurt. Dieser Spruch hat der von Arfa, diese kleine, ich sag gar nichts mehr. Du hast gesagt, sie hat ja gesagt, sie hat ja, im Gegensatz zu ihm, hat sie ja die echten Runis in der Tasche. Guck mal, Kameramann. Ganz kurz. Zeig mal ganz kurz runter auf diese Beine da. Jetzt ganz kurz auf ihre Hand. Guck mal, ist ja nicht schlimm, dass sie, dass sie, ich hab ja nicht. Ich hab ja einfach generell nur, guck mal. Ganz kurz, wenn du das bist. Warte, wir hören erst einmal. Ganz kurz, wenn Abi spricht, bitte leise. Guck mal, das Ding ist, ich hab ja kein Problem damit, wenn man Selbstbräuner benutzt und so, wirklich. Vielleicht gibt es Leute, die es nötig haben. Aber bei ihr sieht es so extrem aus, hätte sich irgendwelche Mandarinschalen da einfach draufgeklebt. Also ich würd mal lieber die F***en und lieber vor Stuttgarter wegrennen. Also ich bin nicht derjenige, der auf Lobby irgendwie mit anderen Typen duschen geht und so Sachen. Ja, ja, ja. Ja und. Oh. Und du hast nichts anderes zu tun, als zu fragen und Bilder von mir, oder was? Lieber hätte ich gerne Bilder von meiner Tante, als soll ich ein Bild von mir haben. Ja dann klärt sie mal dein Opa. Ich würd mir sogar meine Oma klären, im Gegensatz zu dir auf jeden Fall. Ah! Da hab ich was anderes gehört. Ja. Tamam Zebrastreifen, wir haben verstanden. Ist okay. Ich hasse dich. Guck mal hier, guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal diese Schweißflecken. Nicht, nicht anfassen. Guck mal diese Schweißflecken, wie ekelhaft. Der ist ekelhaft. Hä? Also Schweißflecken, das ist jetzt nichts Schlimmes. Selbst wenn, sag mal ganz kurz, sag mal ganz kurz, selbst wenn ich Schweißflecken habe, lieber hab ich ein Schweißflecken, als dass das bei mir unten nach Thunfisch riecht. Heey! Oh Gott! Oh shit! So wenn man an dem vorbei läuft, riecht man genau dasselbe, was er gerade zu mir gesagt hat. Der soll mal lieber die F*** halten, weil ich riecht... Hey! Hey! Es ist live! Oh, soll ich das? Hey! Ja, aber alles gut, aber! Hey! Ja, okay, aber! Hey, gerne, das kommt auf YouTube. Hey! Bisschen leise, ja? Ja, okay, aber! Oder rausgehen, ja? Ja, okay! Ich rieche gut. Ich rieche gut. Andere holen sich Perücken Afrika Schop, sie Bulgarien Und wenn das eine Perücke ist, also wenn sie jetzt nicht darauf antwortet, dann ist es eine Perücke Bulgarien Poligerii Ey ich schwöre auf Koranrätten Ey ich kriege auf Was sagst du dazu? Hey ganz kurz guck mal Boah die Arme, die wurde einfach zerstört Alles nur sportlich, alles nur Unterhaltung, nichts ernstes, es ist nur Dings Die wird aber echt zerstört Locker, locker, schocker Ich bin so aggressiv, dass ich dir gleich in die Fresse hatte und ich höre auf alles Weißt du, wie du mich abfackst? Nee, das regt mich dann richtig auf. Guck mal, wisst ihr, was richtig lustig ist? Ich zitter auch, guck. So, guck mal. Das Ding ist, ich hab ja gar kein Problem. Abstand mit sowas. So ein Typ wie der, der gehört in die Klapse. Der muss mal... Kommt ein bisschen runter. Ein bisschen Frieden. Sehr gut. Okay. Du würdest dich nicht daten? Nein. Okay, dann haben wir noch die Letzten. Stellen Sie sich mal bitte einmal vor. Hi, ich bin Lena und wohne auch hier in Frankfurt. Ist das Video für dich okay, dass sie es veröffentlichen? Ja. Für die Eltern auch? Ja. Ehrlich? Ja. Mit schönen Grüßen. Okay, dann check mal Ismael. Einmal von oben bis unten an. Der ist heute sehr stylisch unterwegs. Lena, würdest du Ismael daten? Ja, nein, begründet. Doch, ja schon. Schon süßer. Haha. Echt, würdest du ihn daten? Genau, ja. Dann erst mal ein Date für dich. Also du würdest ihn daten? Genau. Was sind denn deine Typen, wenn wir mal so fragen dürfen? Richtigen Typ hab ich nicht. Aber so Baggy Jeans ist schon süß. Und auch Air Force gehen klar. Geen fit, sind hier basic, aber sind ganz schick. Genau. Jeans ist Baggy, ist auch gut. Was bist du für eine Landswurm? Sieht aus wie so Kolumbianerin, Spanierin, Isalinerin eher weniger, so. Nein, schwierig. Nee. Wie sehe ich aus? Ausländerin? Ja, also eigentlich ist es jeder Deutsche, aber meine Oma kommt aus der Karibik. Ja, ich sag ja, Kolumbianer und Karibik irgendwie sowas in die Richtung. Sehr sehr sympathisches Mädchen, sehr korrekt gemacht. Hat mich sehr gefreut. Hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Der hat eigentlich immer Asoziales. Gucken wir mal, wie er heute drauf ist. Stell dich mal vor. Ismail. Jeder kennt dich. Also von Alhamdulillah. Check sie mal ab von oben bis unten. Einfach die erste, die nicht überbelichtet ist. So, Ismail, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Ismail macht auf jeden Fall dein Deutsch passt nicht kaputt. Ja, ich will sie daten. Ja, ich will ja, ja, sofort. Ja, 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 sofort. Der ist selber schockt, dass sie ja gesagt hat. Er hat nicht gesagt, er würde dich daten. Er hat gesagt, ich will sie daten. Ja, ich will sie daten. Also ein Applaus bitte. Okay, ähm, also sie ist dein Typ. Ja, sie. Sie würde dich auch daten. Ja, passt. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein Date. Nimm mal ihre Hand und küss mal einmal vor der Kamera. Komm, zeig mal. Ich habe heute noch aus Reflex mit Stirn gemacht. Der denkt wegen beidem. So Leute, das war Frankfurt Tinder. Ihr wisst Bescheid. Wir liefern immer Frankfurt Tinder ab. Ist unser Wohnzimmer geworden. Ihr wisst Bescheid. Schau. Die sind einfach wie diese Cover. Diese Mädchen. Wenn er im Laden war von Need for Speed, Digga. Hey, Jeff. Du musst gleich links abgehen. Ich halte diesen Sonntag ein. Und Donnerstag. Gibt es wieder ein neues Video, Ewa. Ewa. Okay, Frankfurt. Das war's. Mit dem Tinder. Was auch immer. Video. Video. Video.